Wir sind schon gefahren! Wir sind schon gefahren! Und wie war's? Super! Super! Also könnt ihr stolz auf euch zeigen? Ja! Ja! Tschüss! Und Gratulation! Danke! Danke! Und jetzt hat er's geschafft! Und seine Zeit! Wow! Super! 3, 24, 5! Super! Der Roland ist der Bauer Roland! Auf den Lipps! Dietmar Ranzer! 3, 11, 09! Super Zeit! Ich würde mich freuen! Herr Ranzer! Die Roland ist noch ein Läufpunkt, Erweggs! Ich hab noch ein Läufpunkt, Erweggs! Wie ist der Roland? Und auch dieses Platz ist jetzt entschieden, der den Nr. 711 holt die Aufung, die Beine! Ja, beide fast miteinander auf ihn ziehen! Bravo! Riesenapplaus für das Publikum! Haben sich alle hier vergnäht! Super! Super! Wir haben auch den E-Streiber-Streiber-Streiber-Streiber! Ja, bravo!